Hallo Freunde und herzlich Willkommen hier zurück zu Assassin's Creed. Wir haben wieder, wir haben Rang 1 wieder, wir haben nun wieder ein paar Waffen. Guten Tag. Alter ihr, mich denkt meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Was sollen wir denn jetzt tun? Drücken sie Taste 1, um Angriff abzuwehren. Hoppala. Autsch. Ja? Okay, ich glaube es reicht. Das sollte reichen. Wow. Äh. Kombo, das will ich mal machen. Was sollen wir tun? Zack, zack. Erneut, wenn ihr ihr Schwert den Gegner berührt. Ach so. Ah. So. Okay. Okay. Nee, Moment. Zum Moment. Zack. Das Werk eines Meisters. ja okay lassen wir es mal wir sind beschäftigt genau zu tun verlassen jahr wir sind beschäftigt okay wenn wir kampf trainieren möchten soll welch drücken durch mich aber ganz im kreis gelaufen so super so ist für Waffen hier n wir gehen erst mal Richtung Oppenheim nicht unterhüben Prozent Autsch so au ja wir verursachen immer Ärger das müssen wir auch inzwischen von uns das kennt man doch inzwischen hier so dann gehen wir hier mal hin drücken sie neben einem Pferd umschalt und Leertaste um gelockt unterdrücken okay er 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 ist die Frage wo ich hin muss Ich reite jetzt einfach mal Richtung dieses... Ich folge einfach mal dem Pfad hier. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich hin muss. Aber ich denke mal allzu... Okay, so springt man, gut zu wissen. Hopp. Hopp. Ja, schön. Gut, dann... So. Ah, so garoppieren wir. Und jetzt sind wir da. Hopp. Wenn Sie einen starken Angriff kontern, ist Ihr Gegner verwundbar. Besiegen Sie ihn, indem Sie seine Weine brechen oder ihn zu Boden werfen. Okay. Danke für den Tipp. Gut. Wo sind wir? Aha. Wow. Ach so. Nein, wir sind nicht auf der Flucht. So. Ich soll hier hoch? Er wird Ärger verursachen. Hoppala. Hoppala. So. Ein... Ach... Ein Aussichtspunkt. Erkennen Sie, Aussichtspunkt. Ja, okay. So geht's auch. Gut, dann klettern wir nochmal auf den Aussichtspunkt. Eeeh. Dann schauen wir mal. So. Zack. Einfallend zwölf Aussichtspunkt im Königreich. Ja, und wie komm ich jetzt am besten wieder runter? Umgebung, erkunden, Mission zu und... Ah ja, okay. Wenn Sie etwas verreicht haben, können Sie mit dem Torsprung zurück nach unten. Ja, ach, da hinten kann ich reinspringen. Juhu! Da ist mal ein Pferd. Und jetzt müssen wir... Tja. Mal gucken. Ich reite mal... Krass. Details. Okay. Da muss ich hin. Was sind das alles die Aussichtspunkte? Okay. Muss man nur einen Weg dann finden. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hoppala. Ja, so. Vor allem, dass wir uns hier zu nahe kommen... ...hauen wir doch einfach mal ab. Okay, das... ...hat funktioniert. Was... ...soll die denn? Komm, weiterfährt. So. Hoho. Komm nicht... Na, also. Toll. So. Und wir raten schon wieder weiter weg vom Ziel Schade Ich hoffe ich komme da Überhaupt nochmal an So jetzt sind wir wieder hier auf dem richtigen Weg Wieder auf dem richtigen Weg Mal gucken Wo wir hier ankommen Wow Da will ich nicht runter So deswegen Hier lang Die Aussichtpunkte holen wir uns ein andern mal So So Okay Und es ist nicht mehr weit So Knapp 200 Meter So Aha Hier sind wir richtig Das sieht doch schon ganz gut aus hier Bei einem Faustkampf Schreifen die Wachen nicht ein Das ändert sich Sobald sie ihre Waffe ziehen Okay Ist auch gut zu wissen So So Die Musik ist auch schön Angeber Boah Wir verdammten Verdammt Ich bin gleich tot Wow Wow Gelehrt Okay Dann gehen wir hier mal zu den Gelehrten rüber So So Mal schauen wo die uns hinführen Okay Okay Sie lassen uns einfach durch Ha Interessant Bin jetzt vielleicht mal gespannt wo die uns hier hinbringen Die Herren Belehrten Wir könnten das Untertauchen jetzt auch beenden Das machen wir jetzt hier mal Bürgerrecken Hilfe Ich brauche Hilfe Bitte Der Herr ist mit uns Bitte Ihr tut mir weh Versucht es Hol mir deine Körper Zack Zack Und tschüss Da sind die Herren Gelehrten wieder Einen von zwölf Einen von zwölf Bürgern haben wir gerettet Jetzt tauchen wir mal wieder unter Bis die uns nicht mehr suchen Mal gucken wo der nächste ist Der Hilfe benötigt Ich will nicht raus So So Sehen wir uns noch mal ein bisschen hier oben Okay Mal schauen ob wir Mal schauen ob wir Gar nichts werde ich hier Zack Und tschüss Boah Ich danke euch Ich danke euch Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen Das schwöre ich So Zwei von zwölf Boah Boah Seid gegrüßt, Freund. Ihr seht gut aus. Okay. Dann marschieren wir hier mal weiter. Aber, Freunde, wir marschieren erst im nächsten Part. Also. Ich kletter mal. Geschwind hier hoch. Und sage bis zum nächsten Mal hier bei Assassin's Creed. Also, mach's gut, Freunde. Ciao.